Musik Gemeinsam wachsen heißt das neue sozialpädagogische Konzept, das aktuell an Wolfsburgs Familienzentren umgesetzt wird. Es richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von bis zu drei Jahren. Ziel des Projekts ist es, die Bildungschancen der Kleinen zu erhöhen, die Erziehungskompetenz der Eltern zu verbessern und eine individuelle Familienkultur zu ermöglichen. Das Pilotprojekt Gemeinsam wachsen läuft bereits im Kinder- und Familienzentrum Martin Luther. Flächendeckend realisiert werden kann das ursprünglich aus England stammende Präventionskonzept Early Excellence dank United Kids Foundations dem Kindernetzwerk der Volksbank Bravo. Die erforderlichen Mittel stammen aus der Jubiläumsaktion 1000x1000 die Bravo-Allianz gegen Kinderarmut. Die Wolfsburger Familienzentren sind in Stadtteilen mit einem hohen Anteil von Familien in Bedarfs- und Risikolagen eingerichtet. Und genau dort soll die notwendige Unterstützung ankommen. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv. In den Gruppen lernen Eltern die Entwicklung ihrer Kinder bewusst wahrzunehmen und zu fördern. Von Fachkräften werden dazu Alltagssituationen inszeniert und niederschwellige Impulse gesetzt. Das multiprofessionelle Gruppenteam mit pädagogischer Fachkraft, entwicklungspsychologischer Beratungskraft und einer Stadtteilmutter aus der Elternschaft leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Der